Musik Ja, ich bin jetzt hier in O4 in Colorado und bin gerade schon die ersten paar Kilometer dieser O4 Passstraße gefahren. Der berüchtigte Pass, den fahre ich aber auch nicht weiter. Ich habe jetzt hier geparkt, denn ich bin auf der Suche nach den sogenannten Curved Aspen Trees. Die müssen hier irgendwo sein. Es gibt leider keine genauen Koordinaten im Internet, nur so eine ungefähre Beschreibung. Und jetzt mache ich mich mal auf die Suche, ob ich die jetzt hier finde. Wünscht mir Glück. Musik Ja, ich glaube, ich habe sie von der Straße aus hier gesehen durch die Bäume. Wow, ich bin gespannt. Das wäre ja schneller als gedacht. Wow, was für schöne Bäume. Echt richtig klasse. Musik Musik Ja, ich bin gespannt. Musik Ja, ich bin gespannt. Ja, guten Morgen nochmal hier von den Curvy Aspen Trees. Ich bin nochmal hier rausgefahren zum Sonnenaufgang. In der Hoffnung, dass gleich die Sonne mit dem Berg kommt und dann so ein bisschen durch die Bäume scheint, das Ganze zum Glühen bringt. Ja, so ganz unbekannt ist der Spot nicht. Sind ein paar Leute da, aber ja, ist ganz cool. Wir unterhalten uns und jeder guckt, dass jeder irgendwie eine Position findet und so weiter. Das passt schon alles. Ja, bin gespannt, wie das gleich wird. Musik Ja, ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020